Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Wir probieren heute, also der Konrad und der Elias, wir probieren heute eine 30 Kilometer Runde, ein Segment zu fahren, in unter 54 Minuten, ungefähr. Unser Rekord ist nämlich bei 54,32 und den wollen wir heute toppen. Wir sind das erste Mal zu dritt unterwegs, sonst waren wir immer nur zu zweit, der Konrad und ich. Wir lesen es also heute neu mit am Start. 34 müssen wir einen Schnitt fahren. Ja, wir versuchen so einen 34er Schnitt zu fahren. Ganz locker. Das sind ein bisschen mehr als 400 Höhenmeter auf der ganzen Strecke. Also ist der Schnitt, glaube ich, dann ganz in Ordnung. Das einzige Problem ist, am Schluss haben wir eine Baustelle, da müssen wir nochmal schauen, wie wir da vorbeikommen. Und bis zum Lanzenloffer Berg, ich blende euch hier mal die Höhenmeter vielleicht ein, werden wir auf jeden Fall zusammenbleiben. Beim Lanzenloffer Berg könnte es sein, dass wir uns trennen und der eine oder andere mal mehr davon fährt. Vielleicht beide, höchstwahrscheinlich. Dann abonniert auf jeden Fall den Kanal, ganz wichtig, um keine Videos mehr zu verpassen und ansonsten viel Spaß bei der Tour. Das ist ein bisschen schneller, glaube ich. Also das Cola geht, dass wir jetzt hatten, insFRossender Berghaus chegst. Ah, weißt du, den müssen wir drücken lassen. Ah, weißt du, den wir drücken lassen. Ah, weißt du, den wir drücken lassen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, es läuft. Vielen Dank. Hau da hinter uns. Kann man auch wieder übernehmen. Weiter durchbeißen wir hier. Jetzt haben wir es. Nein, haben wir es nicht. Es geht gleich noch ein Stück raus. Hau da oben. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nach vorne rechts Nach vorne rechts Ich denke, ich lache Elias eigentlich nicht. Okay, ich werde mich jetzt hier nach Elias gehen, damit du hinten bleiben kannst. Ich denke, ich werde mich jetzt hier auf den Weg gehen. Ich werde mich jetzt hier auf den Weg gehen. Das war's für heute. Also ich mach was. Also ich hab eh das Segment läuft bei mir nicht mehr. Ich hab sie jetzt auf die Bühne. Ich hab sie nicht mehr. 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 hier gibt es auch ein segment drauf sechs minuten und wir sind schon sieben sekunden hinten dran so 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 Das war's. So, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Da gibt's auch ein Segment drauf, das bin ich gerade gefahren. Die beste Zeit ist 6 Minuten 7. Und ich hatte jetzt 6,40. Boah, das ist übel, der Berg. Alter, das hört doch gar nicht mehr auf, gell? Ja, das Segment, das geht halt bis zum Sportplatz vor. Und oben zu beschleunigen, das ist ja richtig unangenehm. Ja, das war's für heute. 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 Musst du noch weiter? 33,7, sagt meiner. Das ist schneller gewesen, gell? 53 Minuten 30 Sekunden. Ich hab den Lanzendorfer-Berkerz-Segment gemacht. Echt? Ja, mein ist ja abgebrochen. 6 Minuten 40 habe ich. Sind wir mal Rekord? Ja. Alter. War das Vogelscheiße oder Regenkropfen? Wo ist es? Da irgendwo. Hier ist wohl. Oh wei, ey. Ich glaub es tropft vom Baum runter. Soll ich schauen nach, ok? Also 53, 30 ist besser. Boah, bin ich fertig. Alter. Aber dich kann man öfter mitnehmen. Das war richtig gut fürs Völlschnitts. Wir hatten 38 im Schnitt. Und so, die speichere ich mal die Tour. Und der Lanzendorfer-Berg, gell? Der hat richtig reingeschallert. Ich sag ja, der ist vielleicht so ein Kilometer lang mit der Tour. Aber dieses Ding ist der noch hin. Zwei Kilometer sind's, glaub ich. Erholungszeit vier Tage, sagt er. 201. Neue maximale Herzfrequenz, hat er gesagt. 201. Respekt. Mein alter Sack kommt nur noch auf 186. Ich alter Sack kommt nur noch auf 164. Was? Okay, 30 Kilometer Runde geschafft. Ich bin ziemlich fertig. Ich hab die, glaub ich, ein bisschen aufgehalten. Die haben wir so eineinhalb Minuten abgezogen. Fast sogar zwei Minuten, gell? Naja, ähm, ja. Ich muss, glaub ich, ein bisschen mehr trainieren, damit ich mit denen mithalten kann. Wie ist es euch so ergangen? War ganz gut. Am Anfang war man ziemlich schnell. Ich glaub, bis Völlspitz hatten wir 38er Schnitt. Und dann ab dem Berg sind wir ein bisschen eingegangen in alle. Aber ja, war richtig geil. Sehr stark. Und dir? Ja, bei mir ist leider das Segment abgebrochen. Aber dafür hab ich dann den ganzen Tag am Berg gemacht. Ja, genau. Und da war's dann ganz gut, dass ich auch oben warten vor der Pause hatte, ey. Genau, war ganz cool. Abonniert den Kanal, ne? Ganz wichtig. Like nicht vergessen. Like nicht vergessen, genau. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Macht mehr weniger Schule, Michi. Mehr Gangradfahren.